Frankreich bereitet dem britischen Königspaar einen glamourösen Empfang. Stars wie Mick Jagger oder Hugh Grant eilen über den roten Teppich vor Schloss Versailles, um Charles III. und Camilla die Ehre zu erweisen. Mit einem Staatsbankett im prunkvollen Spiegelsaal des Schlosses stoßen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und sein hochrangiger Gast auf die Freundschaft beider Länder an. Es liegt an uns allen, unsere Freundschaft neu zu beleben, damit sie den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gewachsen ist. Der Brexit und der Dauerstreit um die Flüchtlinge, die den Ärmelkanal in Richtung Großbritannien überqueren, hatten das Verhältnis in den vergangenen Jahren belastet. Dass das Bankett in Versailles stattfand, war eine Hommage an die vor einem Jahr gestorbene Königin Elisabeth II. Auf dem Menü standen Hummer, Blästhuhn und ein Macaron mit Himbeerkompott, zubereitet von französischen Spitzenköchen.